Äh, 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 tschuuu. Ja und los geht's. Wie hast du mit über dein epischer Blick? Okay, meiner war ungefähr so. Ich, ich hab die ganze Zeit ratlos geguckt, weil ich nicht wusste, wie die mir im ersten Mal Interesse wohlgegeben. Nee, ich auch nicht. Ich hab dir auch deinen Ausdruck. Das geht schon los. Das geht über uns schon los. Tüschlein, deck dich, Gribbel aus dem Sack. Gribbel aus dem Sack. Wie kann ich das so? Dann ist los mit Tüschlein, deck dich. Da gibt's Gribbel aus dem Sack. Ich brauch einen, der sieht der cool. Der Tisch vom Tisch. Oh, Lilly ist der. Ey, ich hab auch jetzt nicht. Ich find doch. Er hat genug. Ähm. Mit Zwerge. Da. Äh, äh, mit. How is your mother? Ja, wer wird mir näher? Ähm. Ähm, Poker. Ein Baby auf einem Stuhl. Lord Voldemort. Ich will, äh, 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 I will, äh, I will wirklich prankt. Ein Baby auf einem Stuhl. Eine Person, die über dem Stuhl schwebt. Eine Person mit Beinen, die länger sind als der Rest ihres Körpers. Nee, ja, wow. Okay, gut. Die Beine sind so lang wie der Rest. Mach das mal bitte einmal für die Fans. Ja, halt mal. Und mit dem Wirbelbein. Halt mal da drauf. Ja, ja. Jetzt kommt wahrscheinlich was. Jetzt wird eben episch. Das ist Werbetrillionär, eindeutig. Schleppstuhl, Bibliothek, Schule. Wachenstuhl. Toilette. Schiffe versenken. Wir. Schiffe versenken auf jeden. Wir versuchen dein Bild rauszupicken. Stimmt, das links bin ich. Das seh ich doch. Ich bin nämlich schwarz. Was ist das mit Landwirt? Blume. Ein Feuerzimmer, Mikrofon. Rapper. DSDS. Alter, wackel mal nicht Caro. Voll assi, Caro. Oh Mann, ich muss strulli. Alter, 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 Caro. Hallo, hallo, Alter. Hallo, jetzt kommt grad die wichtige Sache. Das ist ne Blume, Caro, bitte. Das ist nur Mario beim Werbetrillionär. Was geht ab, Alter? Das ist ne Blume, die da rauswächst auf den Tisch. Das ist ein kotzender Mensch. Nein, das ist ja Rodes, man sieht ja den Haaren. Mhm. Von damals, ne? Pass auf jetzt. Jetzt kommt's. Okay, jetzt. Wenn das. Ein Typ, der den Ventilator fasst und sich am Finger wehtut. Jemand, der an den Kackehaufen greift. Deshalb kotzt. Oh Mann. Edward mit den Scheren hinten. Am Tisch. Der stemmt sich auf den Tisch. Die Szene, wo der eine Drama den Tisch kaputt macht. Und viel Schwul. Ähm, Prototype. Ähm, Edward Muncher. Ähm, Edward Muncher. Nee, warte. Wolverine. Nee. Nee, Wolverine hätte ich ja lange geklaut, ja. Alter, ich dachte, das wäre so was. Ey, das wird Joker den Stift in den Mann reinbrüchen. Ja, genau. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha, ha. Hushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushush Alter, ich denk, du hast ja vorhin einen überlegt gehabt, ne zwei. Ja, aber das ist doof. Ja, aber leg dir doch einfach was los, Digga.